Hallo und herzlich willkommen hier zu den Stöpselkopf News Nummer 40, eine runde Zahl. Und heute ja auch noch eine ganz besondere Folge, aber wie gewohnt zum Anfang. Äh, immer dieses Rechnen, wir hatten letzte Woche, hatten wir 100, 1065, heute haben wir 1087, das sind 22. 22, so, und legen wir auch gleich groß los, weil Abonnenten ist jetzt gerade so das Stichwort, was ja jetzt auch für den heutigen Tag eine ganz besondere Bedeutung hat, weil wir machen heute, oder lösen die Verlosung auf von den 1000 Abonnenten Special und ihr habt es mir tatsächlich auch nicht leicht gemacht, da jetzt einen Gewinner rauszuziehen. Und ich bin dann zu einer Lösung gekommen, die für mich jetzt echt auch das widerspiegelt, was jetzt eigentlich dieses ganze Abonnenten Special mit sich gebracht hat. Ganz einfach, dass ich mich natürlich freue, zum einen so viele Abonnenten dazu bekommen zu haben, so viele erreicht zu haben und natürlich, dass ihr da auch fleißig in der Community mitwirkt. Und ich habe mir viele Sachen auch so noch hinten rein, hinten rein, hinten raus gedacht, gerade weil ich nämlich auch zu diesem Abonnenten Special eigentlich etwas geplant hatte, was bisher noch nicht da war. Und das war ja das Thema, dass ich nicht nur den ersten Platz küre, sondern es ist auch den zweiten und den dritten Platz, die dann quasi auch etwas bekommen. So, und dann habe ich mir natürlich aber auch die ganzen Kommentare nochmal durchgelesen und es sind so viele tolle Sachen auch dabei. Zum einen einer, der das T-Shirt tatsächlich gerne in seine Werkstatt hängen würde, gerade aus dem Gesichtspunkt Werbung, ist auch so eine Sache. Dann war auch der Gewinner von dem 500 Abonnenten Special wieder dabei, der der Meinung war, ja, ich will ein zweites T-Shirt haben, damit ich dann auch mal eins zum Wechseln habe, weil sieben Tage die Woche ein T-Shirt zu tragen ist nicht so blöd. Das war zum Beispiel auch so das Highlight persönlich. Und so viele Kommentare, die auch, ein Stöpselkopf gehört mal nach Österreich. Und so viele kleine Kommentare, wo ich mich echt drüber gefreut habe und gerade natürlich auch beim Lesen. Und da jetzt den, naja, den Gewinner rauszuziehen und dann natürlich den zweiten und dritten Platz. Es waren halt viele Sachen dabei, also ich hätte da bis zum sechsten Platz definitiv alles besetzen können. Und daher hatte ich mir gesagt, dass ja eigentlich der zweite und dritte Platz schon was Gutes bekommt. Und ja, es ist halt ein Thema geworden, wo ich mir gesagt habe, hm, dann hebst du dir das für das nächste Abonnenten Special auf. Weil tatsächlich alle, die kommentiert haben, auch etwas bekommen. Müsste ich jetzt erstmal kurz holen. So, und zwar bekommt nämlich jeder, der einen Kommentar geschrieben hat, einmal den weißen und einmal den schwarzen Stöpselkopfaufkleber. Oder natürlich auch, wenn ihr zwei weiße haben wollt oder zwei schwarze, das lässt sich da natürlich dann auch noch bewerkstelligen. Aber da gibt es natürlich dann nämlich auch eine kleine Änderung, was die Handhabung angeht, bisher mit diesen Stöpselkopfaufklebern. Ihr konntet mir nämlich bis heute, also zu diesem Stichtag, wo ich jetzt heute dieses Video aufnehme, konntet ihr natürlich eine E-Mail oder eine Nachricht oder was weiß ich schreiben, dass ihr so einen Stöpselkopfaufkleber bekommt. Das hatte ich ja damals auch, wo sie eingeführt wurden, eingeführt wurden, zum Weihnachtsabonnenten, nee, zum Weihnachts-Special war das, glaube ich. Wo ich diese Kleber zum ersten Mal präsentiert habe und da habt ihr sie ja auch frei Haus nach Hause bekommen. So, das ist jetzt natürlich dann schon, naja, über die Zeit auch ein bisschen kostenintensiv geworden, muss ich dazu auch sagen. Daher ist bis heute jeder, der eine Order dazu gestellt hat, natürlich jetzt noch gut raus. Weil jeder, der jetzt die Order noch gestellt hat, kriegt jetzt auch noch kostenlos so einen Stöpselkopfaufkleber zugeschickt. Alle anderen, die jetzt danach kommen, müssen dann tatsächlich mal einen rückfrankierten Brief machen. Also, da komme ich dann, glaube ich, dann auch mal zu einem separaten Video noch dazu. Ich will das jetzt nicht so groß ausrollen. Aber wie gesagt, alle, die jetzt einen Kommentar geschrieben haben, bekommen natürlich auch noch diesen Aufkleber frei Haus nach Hause. So, dass natürlich dann ihr nicht ganz leer ausgeht. Also, ursprünglich war eigentlich der Gedanke, dass die zweiten und dritten Plätze dann natürlich etwas anderes bekommen. Das werde ich mir für ein anderes Abonnentenspecial dann auch aufheben. Aber, wie gesagt, das jetzt für alle zu machen, wäre dann für mich noch kostenintensiver gewesen, als das mit den Klebern, was ich ja jetzt trotzdem auch noch finanzieren muss. Und natürlich kommen wir jetzt aber auch zu einem Punkt, jetzt muss ich gerade mal schauen, wo habe ich es hier. Zu einem Punkt, der der Gewinner jetzt quasi noch für sich noch entscheiden muss. Ich hatte ja zu dem Abonnentenspecial gesagt, es gibt das blaue T-Shirt, also so wie es hier liegt, zu gewinnen. Und es ist jetzt aber etwas dazwischen gekommen, womit ich jetzt auch nicht gerechnet hatte. Der Kevin, nämlich mein ehemaliger Praktikant, hat gesagt, nee, okay, dann müssen wir jetzt irgendwann mal schauen, dass wir ein Fan-T-Shirt designen oder mal, naja, präparieren. Und da ist dann, wo ist es denn jetzt hin? Ist tatsächlich ein Fan-Shirt rausgekommen, was ihr dann jetzt auch in Zukunft dann quasi gewinnen könnt. Aber wie häufig das jetzt passieren wird, werden wir jetzt mal noch ganz einfach schauen. Und zwar sieht es so aus. Also bisher war ja ganz einfach das Stöpselkopf-Logo in voller Größe vorne drauf, ohne Schriftzug. Und das Fan-Shirt sieht dann jetzt halt wie folgt aus, dass halt vorne ein kleines Logo kommt mit dem Schriftzug Stöpselkopf und hinten drauf halt dieses große Logo. Also in dieser Größe, was vorne drauf war, kommt jetzt quasi hinten drauf und vorne halt das kleine Logo mit Schriftzug. Und so sieht jetzt das zukünftige Fan-Shirt aus. Und der Gewinner ist jetzt quasi auch noch in, naja, mehr oder weniger ein bisschen zum Aussuchen gezwungen, ob er jetzt tatsächlich dieses neue Fan-Shirt schon haben möchte oder halt dieses alte. Man muss jetzt aber auch ganz klar sagen, dieses Shirt ging ja zum 500. Abonnenten auch schon raus. Und das wäre dann auch das Letzte, was in dieser Variation als Fan-Shirt rausgeht. Also derjenige muss sich dann an dieser Stelle jetzt nämlich auch mal noch entscheiden, welches er nun haben möchte. Beides ist natürlich dann, naja, schwer zu entscheiden. Aber das wäre halt zum Beispiel der zweite Preis gewesen. Und ich sage mir aber, hm, da hätte der Erste ein T-Shirt bekommen, was er vielleicht gar nicht so haben möchte. Vielleicht eher das. Und daher war jetzt auch so der Kompromiss für mich so, hm, die anderen Plätze bekommen ganz einfach die Aufkleber und die Nummer 1 bekommt ganz einfach entweder dieses oder das neue Shirt. Und ich möchte euch jetzt an dieser Stelle auch gar nicht so groß auf die Folter spannen, wer jetzt diesen Platz Nummer 1 belegt hat. Und zwar ist es der... Okay, ich möchte euch jetzt tatsächlich nicht weiter auf die Folter spannen. Und zwar, ich habe mir, wie gesagt, alle Kommentare nochmal groß durchgelesen, nochmal echt auch verinnerlicht. Und ja, es ist halt ein Gewinner, der halt wirklich auch viel kommentiert, eigentlich bei fast jedem Video, ob es jetzt News sind, Projekte, Stöpselpost oder des Weiteren. Und halt, wie gesagt, er kommentiert halt so häufig, dass ich gesagt habe, da er ja auch zum 500. Abonnentenspecial nicht ganz leer ausgegangen ist, aber ich ihm das auch gegönnt hätte, ist es der PS. An dieser Stelle jetzt herzlichen Glückwunsch erstmal. Ich mache erstmal auch dieses Bild, glaube ich mal, hier weg. Du hast tatsächlich diesmal das Stöpselkopf-T-Shirt erhaschen können. Welches du jetzt nun haben möchtest, musst du mir da natürlich auch noch mitteilen. Und da komme ich jetzt auch zu dem Punkt, was jetzt für die Leute angeht, die diesen Kleber haben möchten. Es ist in der Vergangenheit häufig auch mal vorgekommen, dass dann natürlich jemand mal per E-Mail geschrieben hat, dass er einen Aufkleber haben möchte. Und für dieses Abonnentenspecial möchte ich das natürlich dann auch für die Peggy, die das Ganze bearbeitet, natürlich auch ein bisschen einfacher machen. Und zwar habe ich dann mal hier das vorbereitet, wie er so etwas schreibt. Es ist immer so eine Frage, wie man sich da raushebt aus der Menge, wenn man einen Kleber haben möchte. Und für diejenigen, die diesen Kleber dann jetzt gewonnen haben, möchten wir bitte so eine E-Mail verfassen. Also zum einen natürlich die E-Mail-Adresse, logischerweise ist klar. Und dann bitte aber auch den Betreff Aufkleber 1000 Abonnentenspecial. Das ist so dann natürlich der Betreff, den die Peggy dann rausfiltern kann, um das natürlich dann auch schneller zu bearbeiten zu können. Und dann müsst ihr natürlich auch noch das gewisse Etwas darunter schreiben. Zum einen euren Username bei YouTube, dass man natürlich dann auch sieht, ob derjenige wirklich aber auch kommentiert hat. Und dann natürlich eure eigentlichen Adressdaten. Also Name, Straße und Postleitzahl. Da fehlt gerade auch die Stadt, Peggy. Also Postleitzahl und Stadt bitte da hinschreiben. Das ist natürlich die Peggy, das dann auch dementsprechend versenden kann. Und diejenigen, die wir auch gesagt schon Kleber geordert haben, die gehen natürlich jetzt mit diesen Klebern noch raus. Alle anderen müssen dann halt wirklich mit einem rückfrankierten Brief natürlich ans Postfach geschickt werden, sodass man dann natürlich auch sagen kann, dass ich jetzt nicht wirklich so groß finanzielle Einbußen habe. Einbußen. Dass ich halt wirklich dann so viel Finanzielles noch rüberwachsen lassen muss, um diese ganzen Kleber rausgehen zu lassen. Aber wie gesagt, wir werden mal ganz einfach schauen, ob es da nicht vielleicht in Zukunft irgendeine einfache Lösung gibt. Also PS nochmal, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Du musst mir natürlich dann auch eine E-Mail schreiben. In diesem Fall dann nicht mit Aufkleber, sondern mit T-Shirt. Aber ich denke, das wird sich dann ganz einfach genauso wie mit den anderen Sachen vereinbaren lassen. Und natürlich, es gibt dann natürlich auch so Stichproben, dass wir schauen, ob das derjenige User auch tatsächlich von YouTube ist. Also da gibt es natürlich schon Möglichkeiten, das herauszufinden. Also da gab es ja in der Vergangenheit, glaube ich, beim 500. Abonnentenspecial tatsächlich mehrere, die sich da auf den Platz 1 gemeldet haben. Und das war dann auch schon ein bisschen blöd, weil derjenige, der eigentlich gewonnen hat, sich nicht mal gemeldet hat. Naja, anderes Thema, anderes Thema. Und anderes Thema ist auch gleich das richtige Stichwort für gerade das nächste Thema. Wir hatten ja in der letzten Woche eine Abstimmung gestartet, die ja zu diesem Stöpsel ärgeret dich nicht war und dieser alten Folge. Also ich habe jetzt die Abstimmung auch mal ausgewertet. Wir sind mit 73,8% damit rausgegangen, dass ihr diese alte Folge nochmal sehen wollt. Natürlich habe ich auch schon vorab diese Sache schon mal ein bisschen, naja, zu präparieren angefangen. Gerade nämlich, weil auch diese Folge, naja, es sind halt viele Sachen auch in dieser Stöpselkopf-Folge noch passiert. Stöpselkopf-Moscato-Testgruppe war ja auch da noch ein ganz großes Thema in dieser Folge. Das habe ich größtenteils auch rausgeschnitten. Die Folge ist damit auch, glaube ich, dann bloß neun Minuten lang geworden. Und das soll jetzt aber ja nicht heißen, dass die Folge dann nicht trotzdem rauskommt. Also diese Woche kommt die Folge natürlich nochmal online. Plus eine Zusatzfolge von Stöpselkopf. Also ich habe mir gesagt, da sind so viele Kleinigkeiten in dieser Folge auch passiert, die ich vielleicht doch mal irgendwie vielleicht mal noch anbringen sollte. Also gibt es dazu nämlich noch eine separate Folge, wo ich jetzt nicht nur das Video anschaue, sondern auch das Ganze nochmal kommentiere, warum und weswegen ich was machen musste. Also es ist jetzt nicht zu 100% von diesem alten Material zu realisieren gewesen, weil viele Sachen einfach über die Zeit entweder verschwunden sind oder nicht mehr bearbeiten haben lassen können. Tolles Deutsch. Wie dem auch sei, viele Sachen musste ich halt tatsächlich für dieses Video neu machen. Und so sind sie halt tatsächlich aber auch in diese Folge eingeflossen, dass man fast schon sagen kann, bis auf vom Videomaterial, dass es halt wirklich eine neue Folge ist. Und die möchte ich dann an dieser Stelle natürlich auch nochmal kommentiert rüberkommen lassen, so dass ihr quasi am Freitag, am Freitag dann tatsächlich zwei Folgen von Stöpselkopf vorfindet. Also einmal die alte und einmal eine neue zusätzliche Folge, so dass ihr dann halt wirklich auch mal ein paar Hintergrundgeschichten zu dieser Folge habt. Das ist halt wirklich auch interessant gewesen, mal wieder zu sehen, wie ich so eine alte Folge geschnitten habe. Und das würde ich heute definitiv auch anders machen. Also die Folge ist auch, naja, zu gut 80, 90% im Originalschnitt gelassen, bis auf die Sachen, die ich halt rausschneiden musste. Und damit kommen wir auch zum letzten Thema, was für mich jetzt eigentlich die Woche ein großes Thema war. Und zwar ist es das Thema, ich hatte jetzt eigentlich tatsächlich die Woche vor, die Absauganlage anzufangen, was sich dann zuerst mal im Wohlgefallen aufgelöst hat. Also viele Sachen sind in dieser Woche auch noch passiert, die halt mich ganz einfach dazu veranlassen, diese Absauganlage erst mal ein Stück vor mich herzuschieben, weil ganz einfach jetzt momentan das Problem ist, ich habe hier irgendwo, irgendwo und sonstigen Stellen irgendwelches Zeug rumliegen. Also jetzt, sei es jetzt nicht nur Werkzeug, sondern auch Schrauben, Dübel und so weiter. Vieles, was auch über die Amazon-Wunschliste gerade reingekommen ist. Und ich finde gerade derzeit einfach nicht mehr das, was ich suche. Und natürlich hatte ich da auch schon vorab schon mal ein Projekt geplant. Das ist natürlich eine Werkzeugwand, wie es sich auch jeder vorstellen kann. Aber auch in einer ganz speziellen Variation, also schon eine, die ich jetzt auch im Netz so noch nicht gefunden habe, die für mich aber definitiv praktisch ist und ich die auch so definitiv bauen werde, das wird natürlich auch dementsprechend dauern. Also das wird halt wirklich eine Werkzeugwand made by Stöpselkopf, also eine ganz spezielle. Und die wird jetzt, denke ich, aber auch erst mal vor die Absauganlage rutschen. Es gibt da noch ein Projekt, was eigentlich unabdingbar ist. Das ist gerade eine Art Lüftungssystem für diesen Raum hier, weil selbst wenn draußen, sage ich jetzt mal, arktische Temperaturen sind, sind hier drin immer gefühlte 30, 40 Grad. Und daher muss ich schon mal schauen, dass man da irgendwie eine Luftzirkulation reinbekommt, dass es hier auch einfach mal nicht so extrem heiß ist. Also gerade bei dem Stöpsel ärgere dich nicht, habe ich das wieder so extrem gemerkt, dann bohrt man da halt wirklich eine halbe Stunde. Die Studiobeleuchtung, die heizt natürlich auch den Raum auf. Das ganze Equipment, was mit dran hängt, das heizt diesen Raum so ungemein auf, dass man hier wirklich sagen kann, man hat hier, naja, Klimazonen in 40 Grad Temperaturen und so weiter, dass ich ganz einfach sage, ihr müsst einfach mal eine Abhilfe geschaffen werden. Also das könnte natürlich noch zwischenreihen irgendwie mal noch kommen. Aber ich bin jetzt eigentlich mehr oder weniger erst mal fixiert, natürlich erst mal diese Werkzeugwand mit allem, was dazugehört natürlich zu bauen. Und da wird sich natürlich auch im Hintergrund jetzt nicht nur für die News einiges sich ändern, sondern auch für das eigentliche Stöpselkopfstudio hier drüben. Aber wie das sich jetzt im Konkreten verhält, das werdet ihr dann ganz einfach, glaube ich, auch einfach erst mal sehen. Das startet ja dann eventuell schon diese Woche. Ihr werdet es natürlich dann erst nächste Woche sehen. Logischerweise, weil diese Woche ist natürlich noch vollgepackt mit Stöpsel ärgere dich nicht. Zum einen kommt ja am Mittwoch der Baubericht mit, naja, Baubericht kann man es schon gar nicht mehr nennen, eher mit den Spielregeln, wo ich zum allerersten Mal auch dieses Knopfmikrofon benutze. Und lasst euch da aber an dieser Stelle auch gesagt sein, der Ton ist jetzt noch nicht zu 100 Prozent so, wie ich ihn haben möchte. Ich habe da jetzt schon eine ganze Weile rumgewerkelt, ohne wirkliches Videomaterial umzuschauen. Man redet ja in den Proben tatsächlich ein bisschen anders als in dem eigentlichen Filmkonzept, Videokonzept, wie ich es sonst immer mache. Und daher muss ich natürlich immer Material sammeln, um natürlich auch zu sehen, was sich noch anpassen muss. So, damit wäre ich jetzt auch tatsächlich mit meinen Themen durch. Also wie gesagt, an die Gewinner natürlich dann ganz einfach erst mal die E-Mail schreiben, so dass natürlich die Peggy das jetzt naheliegend bald schnell rausschicken kann. Also, da ja heute ein Feiertag ist, denke ich, würde das dann auch schon am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag natürlich dann schon starten, so dass natürlich auch, so wie die E-Mails kommen, natürlich auch die Briefe oder die Stöpselkopfaufkleber, viel mehr gesagt, dann auch zu euch rausgehen. In diesem Sinne bedanke ich mich auch erst mal fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann selbstverständlich am Mittwoch zu den Spielregeln vom Stöpsel Ärgere Dich Nicht, am Freitag zu der alten Folge plus den kommentierten Format, was dazu rauskommt, wie man es auch immer formulieren möchte. Ansonsten sehen wir uns selbstverständlich am Montag zu den neuen Stöpselkopf-News wieder. Macht's schön gut, bis denn. Ciao.